Glück auf Schalke, in diesem Video soll es um Armin Younes gehen, dann um die U23, denn die hat wieder mit ihrem Training begonnen. Aris Bayern, die ist offiziell Schalke, gleichzeitig ist der Wechsel von Kekejob quasi fix und der Wechsel von Thiago Ferreira ist auf Standby, der ist erstmal vorläufig geplatzt. All das in dem Video, schreib deine Meinung gerne mal unten in die Kommentare und abonnier gerne den Kanal, um auch keine News mehr zu verpassen. Bei dem Einstieg von Armin Younes bei Schalke 04 schon länger geplant, das zumindest möchten mehrere Medien mittlerweile wissen, denn angeblich war bereits der Beginn bei der U23 im April, dass sie sich bei uns fit halten durfte, von Ben Manga gewünscht, der ihn ja noch aus Frankfurter Zeiten kennt. Der weiß ja um seine Qualitäten, wenn der Mann denn wirklich mal fit ist und gleichzeitig, wenn er auch im Kopf bereit ist, das Ganze umzusetzen, was der Trainer von ihm möchte. Und so hört man, dass Ben Manga viel mit ihm gesprochen hat, ihm ganz klar gesagt hat, dass er auf Schalke eine Zukunft haben kann, wenn er denn zeigt, was er kann. Und gleichzeitig hört man aber auch, der Vertrag, wenn er nicht viel bringt, ist sehr gering. Das bedeutet, er gehört zu den Geringverdienern. Wenn er allerdings mitspielt, wenn er gut spielt, dann bekommt er leistungsbezogen durchaus gutes Gehalt. Gleichzeitig hört man aber auch, dass er sich richtig gequält hat. Das bedeutet, der hat sich vom U23 Athletiktrainer nochmal extra Training geben lassen, ist in so eine Art eigenes Trainingslager gegangen, hat 4 Kilogramm auch abgenommen und hat richtig voll Power gegeben, um möglichst nah auch wieder an seinen 100% zu sein, wenn das Training denn wieder beginnt. Und da kommt auch gleich der Bogen zum nächsten Thema, denn die U23 trainiert ja ab jetzt wieder und da kommen wir jetzt auch gleich zu. Aber Armin Younes trainiert auch dort schon mit, denn er möchte diese Woche extra nochmal mitnehmen, möchte auch hier nochmal Vollgas geben, damit er wirklich wieder möglichst nah bei seinem Peak ist, damit er voll für die Mannschaft dabei sein kann. Die U23 hat wieder mit dem Training begonnen und hier möchte ich eigentlich auf ein, zwei Punkte eingehen, denn dort waren mehrere Spieler, die mittlerweile einen Profi-Vertrag bekommen haben, dabei. Genauer gesagt war das Armin Younes, den habe ich ja bereits genannt, der hat aber wohl nicht die komplette Einheit gemacht. Der war so beim Warmmachen und sowas dabei, hat dann individuell noch ein bisschen trainiert, aber er hat trainiert, schon bevor die erste Mannschaft eben in den kommenden Wochen dann wieder beginnt. Und gleichzeitig ist Luca Podlech, der Keeper, der ja bei uns Nummer 3 werden soll, dabei gewesen, der soll ja dann zukünftig bei den Profis mittrainieren, soll als Nummer 3 eingeplant sein und aber auch bei der U23 regelmäßig mitspielen, um eben auch Spielpraxis zu bekommen. Da bin ich ja sowieso gespannt, das hatte ich ja gesagt, dass wir momentan ein bisschen zu viele Keeper haben. Und gleichzeitig Tristan Osmani, der ist ebenfalls vorerst erstmal für die U23 eingeplant, hat ja auch bereits mittlerweile einen Profi-Vertrag bekommen. Da weiß man auch nicht, da gab es immer mal wieder so ein paar Gespräche, ob der eventuell auch verliehen wird, das könnte ja durchaus möglich sein. Aber die drei waren auf jeden Fall erstmal bei der U23 dabei, wie gesagt, bei Armin Younes insbesondere ist das nur schon mal, dass er rankommt. Und gleichzeitig Dominik Drexler und auch Timo Baumgartl waren nicht dabei, haben nicht mittrainiert. Vielleicht für den einen oder anderen auch nochmal interessant, Pierre-Michel Lasogga, der ist noch nicht rechtzeitig fit geworden, war noch nicht dabei. Armin Younes ist nun offiziell Spieler vom FC Schalke 04, gestern wurde das vom Verein verkündet. Ich habe ja bereits gestern gesagt, dass er wahrscheinlich zu dem Tag auch zum Medizincheck kommt und dann höchstwahrscheinlich den Vertrag unterschreibt. Und das ist so. Der 17-Jährige kommt von der RB Leipzig-Jugend, war vorher unter anderem bei der Hertha und davor auch bei Viktoria Berlin tätig, wie gesagt, 17 Jahre. Man hat einen langfristigen Vertrag unterschrieben, man geht davon aus, dass der wahrscheinlich bis 2028 ist und ich muss auch sagen, ich finde den Spieler durchaus spannend. Das ist ein offensives Mittelfeld, klar, ich habe jetzt nicht jedes Spiel der U19 von RB Leipzig gesehen, aber der hat viele Anlagen, die uns in der Zukunft helfen können. Er ist aber auch erst, wie gesagt, 17 Jahre alt. Dementsprechend bitte nicht sofort erwarten, dass er direkt die Sterne vom Himmel spielt, weil das würde dem Jungen auch, glaube ich, nicht gut tun. Natürlich haben sich sowohl Marge Wilmotz als auch Aris dazu geäußert. Ich beginne mal einfach mit Marge Wilmotz, denn der sagt, Aris ist mit beiden Füßen sehr stark am Ball und verfügt über eine hohe Spielintelligenz. Diese Eigenschaften machen ihn zu einem flexibel einsetzbaren Mittelfeldspieler. Weiterhin sagt Marc Wilmotz dann eben auch, mit seinen 17 Jahren möchten wir ihm auf Schalke in den kommenden Jahren die Möglichkeit geben, im Profifußball seine Qualitäten zu zeigen und sich weiterzuentwickeln. Und die Qualitäten, die sehe ich auch in ihm und da glaube ich auch ganz fest dran. Bayern Dier sagt dann selber auch noch, die Schalker Verantwortlichen haben mir in den Gesprächen einen klaren Weg für die kommenden Jahre aufgezeigt. Ich freue mich auf diese Herausforderung und möchte zeigen, wie ich diesem Klub weiterhelfen kann. Ich habe Bock drauf, für mich ist das ein Transfer, der durchaus Spaß machen kann in den kommenden Jahren, aber natürlich wie gesagt nicht direkt, die jetzt zu 100% Vollgas bedeuten wird. Jetzt könnte alles ganz schnell gehen mit Keketopp, denn wie Florian Plettenberg berichtet, gibt es nur noch letzte Details. Man ist sich quasi sicher mit Keketopp, man ist sich sicher mit Schalke. Es gibt nur noch Kleinigkeiten, er ist wohl mittlerweile bereits in Bremen. Es wird darauf hinaus laufen, circa 2 bis 2,5 Millionen All-In und man muss sagen, boah, das ist schon, es ist schon brutal. Also du hast da einen Spieler, der durchaus auch entwicklungsfähig bei uns gewesen wäre, wahrscheinlich in den kommenden Jahren deutlich mehr hätte einbringen können nochmal und für uns in der kommenden Saison wahrscheinlich richtig wichtig gewesen wäre. Aber erstens, es ist sein Heimatverein, alles gut. Auf der anderen Seite, wer nicht 100%ig für uns spielen möchte, den muss man dann im Zweifelsfall auch einfach mal gehen lassen und er hätte dann wahrscheinlich nicht verlängert, dementsprechend wäre er in der nächsten Saison danach ablösefrei gewesen und das kann und darf sich Schalke auch einfach nicht mehr erlauben, dass man das regelmäßig macht, dass man junge Talente umsonst abgibt. Und dementsprechend jetzt 2 bis 2,5 Millionen für den 20-Jährigen, das wird es wahrscheinlich mit Kierke Top gewesen sein. Höchstwahrscheinlich ist es am heutigen Tag der Medizincheck, vielleicht auch schon die Vertragsunterschrift, vielleicht wird es dementsprechend noch heute fix, sonst anscheinend, sehr wahrscheinlich morgen, ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten. Ja, das war wohl erstmal nichts mit Thiago Ferreira, das galt ja schon als quasi sicher, dass der höchstwahrscheinlich zu uns wechseln wird, aber man hatte eben nur eine mündliche Einigung zwischen dem Spieler und Schalke und es war ganz klar zwischen Sporting und Schalke wird noch verhandelt, dementsprechend war noch nicht alles sicher, er war ja bereits auf Schalke, um nochmal zu verhandeln, manche hatten ja schon gedacht, da wird der Vertrag unterschrieben, das ist nicht der Fall gewesen scheinbar, dementsprechend war das Ganze noch nicht sicher und jetzt ist das Ganze erstmal auf Eis. Der Transfer ist auf Standby, ist noch nicht komplett, dann bedeutet, ist noch nicht komplett beendet, ist noch nicht komplett ad acta gelegt, da kann immer noch was passieren, aber zwischen Sporting und Schalke sind die Differenzen einfach zu groß. Man hat unterschiedliche Vorstellungen, was Schalke bzw. was Sporting möchte und dementsprechend kann Schalke sich den Spieler momentan, so wie Sporting es möchte, nicht leisten. Man weiß auch, Sporting ist durchaus ein Verein, der ein durchaus schwieriger Gesprächspartner ist, was solche Spieler angeht, das bedeutet, die verlangen damit unter relativ viel, man weiß nicht genau, was es dann am Ende ist, was das Ganze eben den Ausschlag gegeben hat, dass momentan das Ganze nicht stattfinden kann, aber was wir wissen, Der Transfer ist erstmal auf Standby, Ferreira, der Spieler, kehrt erstmal zurück nach Portugal, mal schauen, ob das nochmal heiß wird oder ob die Sache damit erledigt ist. Auf jeden Fall findet dort erstmal kein Transfer statt. Ich bin mal gespannt auf deine Meinung, schreib deine Meinung zu allen Themen gerne mal unten in die Kommentare, war auf jeden Fall einiges los und ich hoffe natürlich, wir sehen uns dann bei den nächsten News.